UNTERTITELUNG Wolltest du mit die Ganze? In der Fritz. Albert. Habe ich im Wald aufgelesen? Du weißt schon, dass dein Gast ein Jut ist. Wir brauchen einen Stammhalt auf dem Hof. Ist, dass dein Sohn ein Jut ist? Du weißt ganz genau, was mit denen passiert. Die werden alle abgeholt. Ich höre nur dieses Klopfen. Und mein Herz hält Schritt. Mit dem Gehen der Tropfen. Und vergeht damit. Der Jut gefällt dir wohl. Das Ganze ist nicht meine Idee gewesen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist vor... Ach! Schweiß den Arzt! Mir doch egal, was mit ihm passiert. Emma, wenn das Kind erst da ist, dann... ...tut mir alles gut, oder? Ja. Ja.